AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH Anni differently! Wenn ich Dig in die Finger kriege! Komm du mal nach Hause! Such erst was erleben, dann bleibt schon nichts von mir und dann schmeißt du das übrige im Leben auch noch in die Lava! Ich werde die Dig amische! Ich bin so als squid sauer! Alles verloren! Komm du mal nach Hause, Freundchen! Ich kriege an einem Rand! So ein Scheiss! Was hat mir jetzt runtergefallen? Das ist die beste Folge.. Meine beste hatte mir es runtergefallen! So ein Scheiss... Weg dir! Ich hasse dich! Komm nach Hause! Komm du mir mal nach Hause! Mach pvp an! Ich schwöre dir, mach pvp an! Willkommen zurück! Balloui läuft bei dir eigentlich! Was das für eine Scheiße! Balloui läuft bei dir! Ich wurde von einem Mega-Creeper! Ihr habt ja gerade gesehen, wie wir... Nein, Alter! Was ein Anfang! So ein Scheiß! Ich sammle meinen Loot ein! Kann sein, dass die Hälfte verbrannt ist! So eine schöne Eröffnung habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt! Was eine Eröffnung! Ihr habt gesehen, Balloui ist verreckt und ja, fast seine ganzen Sachen sind verbrannt! Da war ein gigantischer Creeper oder so! Der ist mir einfach um die Ohren geflogen! Ich bin hinter dir her geflogen! Und dann war ein riesen Creeper! Und das Boom gemacht! Und dann bin ich tot! Also ich fliege jetzt nach Hause! Den Bananerucksack und packt aber Balloui seine Sachen rein! Guck mal, sind Rucksäcke übrig geblieben? Da war das wertvolle Zeug drin! Ja, ich hoffe mal! Ich habe gerade Bauchschmerzen! Oh, er hat einen Walker-Swerter da gehabt! Okay! Oh, gelbe! Den! Klaue ich mir jetzt aber den Electric-Stuff! Nein! Kleine Backpacks oder große Backpacks? Ich hatte zwei große, zwei kleine! Ich habe bis jetzt nur zwei kleine! Nein! In den großen ist das wertvolle Zeug! Du bist überall Lava! Da waren irgendwie elf... Es ist überall Lava! ... elf... ... elf... ... elf... ... elf... ... elf leckrige Sets drin! Ja, ich würde sagen, Balloui hat richtig verkackt! Nur wegen dir, weil du gesagt hast, mach schnell! Jetzt abmoderieren! Jetzt schnell das! Und jetzt schnell! Ich hasse dich! Oh, die schönen Sachen! Der ganze Scheiß! Die ganze Letzte Runde! Oh, den mache ich jetzt hier einfach mal an. Ich gehe jetzt offline. Guten Nacht. Danke fürs Zuschauen. Aber, Manui, ich habe mir jetzt mal ein Herz gefasst und habe mir gedacht, ey, Krombach, habe ich mir gedacht, kümmerst du dich mal um die Schokos? Weil anscheinend der Christus ja nicht hinbekommt. Es interessiert mich nicht. Ich will mein Zeug wieder. Ja, Louis, das war alles weg. Ich schalte mal auf. Weißt du, wie oft ich schon gestorben bin? Weißt du, wie oft ich schon gestorben bin? Krombi, du musst dir mal die Folge reinziehen, wo wir einfach gestorben sind. Wir haben so viele Sachen verloren. Wir sind hingegangen und haben gesagt, so, wir haben jetzt ein halbwegs kleines Haus. Wir haben aber keine Sachen. Wir hatten keine Fliegis, kein gar nichts. Wir hatten nichts an Items. Wir waren einfach nur arm. Wir hatten keinen Giants, kein gar nichts. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen jetzt los und sammeln Sachen. Und haben einfach mega viel Stuff bekommen und hatten dann da auch so einen Battle Tower. Und dann am Battle Tower sind wir komplett verreckt und haben alle Sachen, die wir in den letzten fünf, nee, ich glaube, in den letzten zehn Folgen gesammelt haben, alle weg gewesen. Aber da war ich nicht dabei. Das ist mir doch egal. Ja, ich würde mal sagen, ich ertränke mich jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben. Ich stürze mich jetzt hier runter. Nein, es ist zu niedrig, um sich zu ertränken. So ein Scheiß. Du bist so ein Trottel. Ach, Mann, oh. Blöde Folge ever. Nein, du, ich kann ihn mehr. Ja, das ist noch mit dem Nerven am Ende. Das verkrafte ich nicht. Du Scheiß-Zombie. Kommst du jetzt mal wieder und bringst mir wenigstens das, was von mir übrig geblieben ist. Ja, Moment, ich sammle hier die, 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 äh, Crack-Ride-Knack-Dingens. Die Knorke-Sachen. Mein Horizont-Fühlbad wie, guckt euch das mal an, das ist wie Disco. Ich habe gerade so einen Strobo-Effekt am Horizont. Kennt ihr das? Strobo. Das ist bestimmt irgendwas Cooles. Bestimmt passiert gerade irgendwas, nur ich kriege es nicht mit. Scheiß-Skelett, Alter. Das ist voll geil. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Also wenn die Folge noch online ist. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Das sieht aus, Alter. Auch wenn ich deinen Karl-Nahl noch nicht abonniert habe. Karl-Nahl? Wie? Alle Spiele hatten mich nicht abonniert. Was ist das denn? Also ich habe Balu aboniert. Das kann ich schon mal sagen. Ja, ich habe ja auch Early-Boy abonniert. Das gehört ja dazu. Außer wenn du Early-Boy bescheuert. Das allein ist der Grund, warum man ihn abonniert. Ich will mein Zeug wieder. Ich kriege jetzt immer so Depri-Wellen. Kennst du das? Oh ja. Oh ja. Ich laufe jetzt vor der Wand. Die ganze Zeit. Die ganze Folge. Nein! 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 Okay, das war schon vorher weg, Balui. Äh. Was? Frag einfach nicht. Nichts. Was? Ich bin gerade am aussortieren. Und da ich den scheiß Chip anhabe, schmeiße die ganzen Scheiß-Delten, die ich dabei habe, in die Lava. Und habe auch gerade mal die Tasche ein bisschen aussortiert. Und habe da gerade dieses komische Schwert in die Lava geworfen. Bitte töte mich nicht. Das ist die beste Folge. Meine beste Latte ist runtergefallen. So ein Scheiß. Weg dir! Ich hasse dich! Komm nach Hause! Komm du mir mal nach Hause! Mach PvP an! Ich schwöre dir, mach PvP an! Komm mir in meine Finger! Das teure Schwert! Weißt du, wie lange wir dafür gebraucht haben, das zu kriegen? Weißt du es? Weißt du es? Nein, du weißt es nicht! Es war ein super anstrengender Kampf! Mein Zeug! Meine Taschen! Meine Rüstung! Alles weg! Alles, was ich mir die ganzen Folgen erfarmt und erspart habe! Meinem Ätting ist hens... Warum? Meine Energie ist hens... Meine Fliegies! Alles weg! Kann es noch schlimmer kommen? Ja, Earlyboy, schmeiß das übrig gebliebene auch noch weg! Viel schlimmer geht's nicht mehr! Komm du mir nach Hause, Freundchen! Alles kaputt! Walui, darf ich denn nach Hause? Wester, Wester! Wer kommt da gerade an? Das ist Kombach! Du darfst passieren! Du kommst vorbei! Der steht, Alter, mit seinem... Mit seiner Heppe, Alter! Early, du hast wirklich das Schwert weggeschmissen, oder? Aber Early, weißt du was? Du willst mich nur ärgern! Nein, ich hab das Schwert wirklich weggeschmissen! Normalerweise sollte ich den Yellow Chocoboy, der hier in unserer Wohnung rumläuft, töten! Weißt du warum? Warum? Weil du meine Katzen getötet hast, du Mist! Aber unser Chocoboy! Fitt mich nicht! Fitt es nicht ohne Grund, meine Katzen! Die haben die ganze Zeit miaut! Na und? Ich na und! Ich glaube, ich werde jetzt wieder nach Hause! Nein! Ich bin gerade im Nether, ich hab mir gedacht, komm, wenn du schon hier bist, gehst du mal kurz in den Nether! Schaust mal rein! Stirbst vielleicht! Ich brauche noch eine Hacke! Da haben wir eine! Ich glaube, wenn ich jetzt mal reingehe, Leute, Dennis! Dann könnt ihr mich ins Krankenhaus bringen! Aber ich bin nur noch einmal! Ich bin nicht rein! Ach, Entschuldigung! Ah, das ist Aluminium! Die weinen mit mir! Ah, ich brauche ja drei! So, es könnte jetzt sein, dass ich verrecke! Okay, das hat noch genug Durability! Ups, jetzt habe ich den Avrpoo angeschossen! RANDY! Ja, was kann ich denn dazu, wenn das viel von meiner Nase rupturt? Außerdem beschwer dich mal nicht! Du hast eine meiner seltenen Katzenarten getötet! Die war nicht selten! Hören mir mal zu, ja? Ich weiß ganz genau, was ich züchte und wenn ich auch den Holy Golden Apple in das Schokobo-Gehegerei... Rein, haue! Nein, ich bin in die Lava gesprungen! Alter, Alter, ein Glück hatte Baloui noch seinen verzaubernden Electric Stuff dabei, den ich mir jetzt geklaut habe. Ich glaube, der schnappt gerade über oder sowas. Nein! Nein! Alter, seht ihr viele Viecher, seht ihr viele Viecher! Alter! Flieg weg, flieg weg! Alter! Geht weg, lass mir Ruhe! Alter, gerade so, gerade so, gerade so! Stirb noch, Early. Und die Aufnahme ist instant beendet. Ich glaube, Baloui ist der öffentlich abendet. Ein bisschen. Bisschen! Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich suche mich gerade mit mir selber in Einklang zu bringen. Mir tun meine Stimmbänder weh, ich weiß gar nicht warum. Ne, ich auch nicht. Das ist... Boah, der ist überhaupt kein Gärtner, Alter. Chris kann überhaupt nichts, Alter. Als Gärtner haben wir auch wen anders eingestellt. Hallo, ey? Tentuck ist Chris nicht hier. Richtig schlimm wär's gewesen, wenn Chris das alles passiert wär, was Early gerade passiert weiß. Wieso? Dann hätten wir ja einen richtigen Sinnenbock gehabt. So hab ich auch meinen Sinnenbock. Das wird er sich die nächsten tausend Folgen noch anhören müssen. Wenn das Ganze hier soweit noch geht. Das ist voll. Mein Spiele! Ja, meine Sachen, alle. Das selten, ultra seltene Schmerz. Mir kommt's vor allem nicht in Schädel. Wieso schmeißt er so ein teures Schmerz in die Lava? Ja. Ich bin gerade auch. Das ist alles, was auf einen dazu sagt. Ja. Ja. Shit happens, ne? Shit happens. Shit happens. Ja. Der wäre Walk was gewesen, der wäre ohnehin, wenn ich gestorben wäre. Wären doch nicht so schlimm gewesen. Das wäre mir egal gewesen. Unsere ganzen Alte. Ich hab vier Taschen voll. Wenn du jetzt gestorben wärst, hab ich gesagt, dann hättste nicht mehr wiederkommen brauchen. Hätte ich aber bisher wieder respawned. Dann lacht er noch. Hä? Das ist keiner mehr. Warte mal, warte mal. Ich brauch Cloudboots. Ich hatte noch nagelneue Cloudboots dabei. Ich muss wieder neue bauen. Ich krieg's kotzen. Das kalte, nicht das warme. Falsch. Ohne Witz. Hubibu. Nein, nicht Hubibu. Hallo? Hupi. Alter. Hubibu. Ich mache nicht Hubibu. Du bescheuert. Hubibu. Wie das klingt. Hupibu. Hupi. Hupibu. Hupibu. Ey, Baloui. Was ist denn mit deinen ganzen Sachen passiert? Wo sind die hin? Nur wegen Ali. Warte mal eins. Warte mal eins. Hubibu. Hubibu. Ihr Katzen könnt mich jetzt auch nicht aufmuntern. Alles scheiße. Und dann habe ich auch noch 24 Level verloren. Ich springe runter. Nützt nix. Hab Cloudboots. Scheiße. Hupi. 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 Kann ich eigentlich Freezerite-Sachen reparieren umsonst? Nope. Unrepairable. Ich weiß gar nicht, was Chris hier für eine Kacke gemacht hat. Der ist voll unproduktiv hier. Nein, der ist total nützlich. Sag ich doch immer, dass der total nützlich ist. Ich glaube, da hat sich der Sauerländer gerade ein wenig vertan. Naja. Was sagte der Sauerländer zum Sauerländer? Der Sauerländer. Sauerländer. Ist ein Hesse in der Messe, ganz der Messe gleich vergesse. Hey, du hast es geschafft, mich zum Lachen zu bringen. Eins, zwei, drei, vier. So, gut. Weg, weg. So, bis hier können wir das... Guck mal, Alter. Ich hau hier gleich mal 50% mehr raus wie Chris in... Abrappu! ...einer komischen Folge. Buppidi-Buh! Abrappu! Ja, Louis, du musst dich beeinflussen, ich spawnleit deine Sachen. Was? Du Arsch, nicht. Die liegen hier oben. Bist du hier im Haus? Nein, bin ich nicht. Alter, wie der aller Scheiß liegt. Guck mal, Balloui. Komm mal runter zu Gusalver. Scheiße. Das hat keiner gesehen. Wo ist mein Zeug? Ich dachte, du hattest mir Zeug mitgebracht. Das, was auf der Treppe lag, war das Zeug. Ich meine, es ist die Zivrüstung einigermaßen heil geblieben. Das war's. Mehr ist nicht über. Early. Ich kann mich leider nicht mehr weiter aufregen. Es ist schon vorbei. Geht nicht mehr, noch schlimmer. So, alles vorbei. Alles ist vorbei. Alles für immer. Wer schießt denn auf mich? Komm, du. Wo ist er? Wo ist mein Fliegi? Ich habe keine Fliegi. Da. Komm, wir helfen, wir. Afrepu, Afrepu. Die Afrepu selten jetzt. Oh, nicht. Afrepu. Ich schätze nicht. Afrepu. Afrepu. Ey, die Schokoboos brennen. Ey, was ist hier denn los? Ja. Der hat die Hand gezündet. Ich muss Ali töten. Ich muss Ali töten. Nein, Afrepu. Afrepu. Ich muss Ali töten. Mach BVP an. Mach es einfach an. Wo bist du hin? Wo ist er? Das sind nur... Das ist ein Rucksack und ein bisschen. Alter, Ali. Muss man ja... Zwei Rucksäcke. So kann ich die da nicht fahren. Was soll der Scheiß? Und in den Rucksäcken, das sind genau die zwei, wo ich nichts reingetan habe. Das ist echt nicht zum Aushalten. In keinster Weise ist das zum Aushalten. Ich gehe mich erhängen. Du darfst abmoderieren. Ja, Leute. Wenn euch diese Eskalationsfolge gefallen hat, was wir noch mal hoffen. Ähm, ja. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Und, äh. Ja. Ich glaube, bei Louis brauchen wir jetzt selber ein bisschen Ruhe nach dieser Aktion. Ich glaube, der ist fertig mit den Nerven so ziemlich. Und, äh. Ja, wenn euch die Folge dennoch gefallen hat, ich werde jetzt noch meinen Rucksack gleich aussortieren. Im Off-Tree. Das hat er gesagt gemacht. Dann müssen wir das hier alles, äh, online machen. Und, äh. Du kannst so froh sein, dass hier kein BVP an ist. Du kannst so froh sein, dass hier kein BVP an ist. Ohne Witz. Ich würde, glaube ich, die nächsten zehn Folgen nur noch abschlachten. Afrepuh. Ja, wie gesagt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch mal ein Däumchen da oben. Schaut auf jeden Fall bei Louis vorbei. Wie das zu dem ganzen, äh, zu dem ganzen Afrepuh, geh mal weg da. Wie das zu der ganzen Aktion gekommen ist, wie er gestorben ist. Und, äh, ja. Hinterlasst bei, geht zu, geht am allerbesten auf Baluis Kanal. Und geht bei seinem Video ein Däumchen nach oben. Damit er wieder halbwegs glücklich ist. Wir sehen uns dann. Durchlebe gerade die sieben Zustände des Schocks. Oder wie das heißt. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, drauf da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf, auf, auf.